Sie benötigen mehr Schattenfläche, als ein einzelnes Shade Inox spenden kann? Wir möchten Ihnen in diesem Video zeigen, wie Sie die Systeme von Shade Design problemlos erweitern können. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. In unserem Online-Shop finden Sie das aufrollbare Shade Inox mit einer maximalen Breite und einem Ausfall von bis zu 6 Meter. Somit kann Ihr System auf insgesamt 36 Quadratmeter geplant werden. Wir empfehlen jedoch, dass bei dieser großen Segelfläche ein elektrischer Motor in die Anlage integriert werden sollte, da die Aufrollung des Segeltugs ansonsten zu schwerfällig ist. Sollten Sie aber eine größere Schattenfläche, zum Beispiel in einer Kita oder in einem Kindergarten, benötigen, lässt sich das Shade-System hintereinander als Shade Twin oder auch beliebig nebeneinander montieren, als Shade Multi an der Wand, als Multi-Frame als freistehende Variante oder sogar als Shade Twin Multi. Die Module sind beliebig kombinierbar und auch die Shade-Systeme Cube und Structure lassen sich nach diesem Prinzip modular erweitern, für maximalen Schatten und Regenschutz. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben und falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier einfach bei YouTube unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören.